Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei Prison Architect, wo wir denn gerade unseren nächsten Zellenblock ausbauen, denn wir haben ja noch vor uns 200 Insassen zu haben. An den Grundausbildungen können wir gerade leider nicht viel verändern von den Programmen. Ich werde mal einfach den Zellenblock D hier mit rein nehmen und die Ernährungsforschung, Tischler, Monitore installieren, das müssten wir auch noch machen. Ernährungsforscher Ein einziges schlechtes Mal für zwei Tage servieren. Da gehen die doch alle ab. Na, das müssen wir irgendwann mal machen. Das mache ich ganz zum Ende, glaube ich. Wenn es wirklich in die Richtung geht von, ah komm, jetzt opfern wir mal das ganze Gefängnis. Weil das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ein einziges schlechtes Mal. Hm. Vor allem danach, was mache ich danach? Alle Köche? Entlassen oder? Was wäre Ziel der Sache? Ah gut, ein paar haben sich eingeschrieben für, äh, anonyme Alkoholiker. Nee, nicht nochmal machen. Also nicht nochmal zur selben Zeit. Ach. Warum auch immer. Dann lassen wir es erstmal so. Scheiße, ich muss nicht automatisch in die Programme reinziehen. Obwohl, doch, das tun die irgendwie. Aber wenn ich die alle neu ansetze, ähm, dann fangen die ja irgendwie neu an. Ich weiß es nicht. Ach, es gehen nur zwei Zeiträume für die Grundausbildung. Für das Grundbildungsprogramm. Und die sind schon belegt jetzt. Dann ist dem erstmal so. So, raus da, damit sich das aufbauen kann. Ach komm, tu mir das nicht an. Wo seid ihr? In der Stunde kommen die ganzen neuen Insassen. Und hier kann er nicht mehr die Tür demontieren. Ich glaube, das hat auch was mit dem Nachladen zu tun. Dann spackt der gerne mal rum. Versuchen wir mal nochmal eine große Eingangstür zu setzen. Da kommen die ganzen Besucher. Da finden die den ein oder anderen Löffel. Habe ich echt so ein Arbeiterproblem, dass hier kein Mensch mal kommt. Das macht mich grad doch ziemlich traurig. Ein anderes Problem ist, warum... ...gehen die hier nicht vernünftig durch die Personaltür. Nehmen wir halt die Türen weg, machen wir da normale Türen rein. Wenn die was klauen, kriegen wir das eh mit. Eigentlich, ja... ...größtenteils kriegen wir das mit. So, dann machen wir es nochmal. Dann kostet mich das nochmal Geld. Aber Hauptsache ist es fertig. Vor allem ist die Tür falsch gesetzt. So, klonen. Komm, Klon-Tool. Aber jetzt können wir es wirklich eins zu eins klonen. Und so toll, dass das jetzt so... ...dass man jetzt so einen großen Bereich klonen kann. Da kann man richtig geil zusehen, wie das Geld wegflöten geht. Demontiert doch einfach das Mist. Ey, manchmal... ...macht mich die KI doch ein bisschen fertig. So, entriegelt den Trakt. Dann Materialien bitte. Gehweg bis nach hier oben. Und bitte ein wenig beschleunigen eure Arbeit. Danke! So, neun Prozent haben gegessen. Geht doch rein zum Essen. Staut euch doch nicht so da in der Tür. Hm. Du! 72% haben gegessen. Reformprogramm. Ach, umso länger die anwesend sind, umso höher ist die Chance, dass die bestehen können. ist natürlich doof wenn die gerade hier stehen während wir essen kochen müssen ist natürlich nicht anwesend der schalwiner aber wie soll ich deine küche bauen die jetzt nicht hierfür genutzt wird zum beispiel das essen kochen gerade weil jetzt können die herrschaft natürlich erst anfangen zu kochen aber ich denke mal es relativiert sich wenn ich jetzt einfach die kantine vergrößer dann sollten ja vom kochen her besser klarkommen es fühlt sich unterdrückt warum meckert es es hat kein wasser warum habe ich ein loch hier hinten drin ach so wegen dem kopieren gute arbeit vor allem weil die ganzen gefangenen natürlich jetzt da durchgehen würden um hier rauszukommen aus dem gefängnis so jetzt haben wir wieder genug zellen morgen kommen aber schon wieder 17 neue insassen deshalb nicht einfach nicht bedürfnisse ausgehen die programme müssen ja irgendwann auch mal fertig sein so und schon haben wir zwei neue da drin und 80 millionen löffel wieder geklaut wir sind mal so frei und lassen hier warum ist die türe ich noch nicht abgebaut hier muss eine steinmauer hin die müssen wir demontieren wenn er mich mal lässt backt die tür auch vielleicht liegt es an der tür dass ich ja hier die probleme habe ah ne jetzt hat das weggeschmissen obwohl gar nicht geplant war die wegzuschmeißen oder ich habe es vielleicht aus versehen geklickt ist auch egal so erweitern wir mal die kantine die küche erweitern wir auch bis nach unten dann werden wir hier zwei normale türen hier oben auch den könnt ihr das spielwerk könnt ihr auch erstmal ab machen dann brauchen wir unten einen mülleimer wir brauchen eine weitere große gefängnistür dann können die hier noch rein kommen durch die ecke ähm warum haben wir hier unten andere materialien als normalerweise machen wir da mal betonboden hin oder ist das der normale boden ernährungsforschung angefangenen achso ich denke die ganze zeit so äh Straßenmarkierung Asphalt und denk so was hat das mit ernährungsforschung zu tun ne das ist ja meine aufgabe wie spät haben wir drei uhr morgens ist ein bisschen spät für eine Radzieher ne aber eigentlich müsste ich es machen wie sieht es mit der Schmuggelware im Moment aus Werkzeuge Drogen relativ viel komm wir machen es einfach mal und wir werden mal hier draußen den Bereich erweitern also wie weit die bis nach unten können weil aus irgendwelchen Gründen kommen die hier immer aus dem Tor gelaufen und laufen dann hier unten irgendwo rum das geht überhaupt nicht man muss immer wieder eine Wache kommen das Tor da unten aufmachen das reicht schon dass die Wache hier hin muss um ähm die Fahrzeuge mal rein und raus zu lassen so setzen wir den mal direkt daran genau baut das letzte noch auf danke dann könnt ihr nämlich das hier abmontieren oder wegwerfen wenn man es nicht behalten kann sehr geil trägt ja das riesige Tor da erstmal weg jetzt müssen wir natürlich die Stationierung verändern dann so schön ich glaub achso ist schon Duschzeit dann lassen wir es jetzt erstmal das haben gestern nur 25% der Gefangenen gegessen tja das nenne ich mal äh ne Leistung so Personal Tür dahin die Gefangenen machen da ein bisschen Recreation hm hm ja hier unten neben den Mülleimern da lässt sich immer am besten speisen 3 4 5 und dann brauchen wir auch noch Spülbecken na ganz entspannt ähm bom 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 Tische 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nur ohne den und ohne allgem ähm an sich wollte ich mich hier ein mehr freilassen tja und schon haben wir eine ganze Menge mehr Platz für die Gefangenen 1 2 2 2 3 4 4 6 das sind die Küchenunterweisungen so die Grundausbildung ist jetzt bereits zu Ende 12 12 Leute haben die Sicherheitsunterweisung bis jetzt bestanden wir haben 142 Insassen morgen kommen wieder 17 neue ich habe noch nie gesehen dass hier jemand zu den anlieben Alkoholikern gegangen ist und wir haben einen interessierten für Lehrsteller als Tischler und wir haben einen interessierten für Lehrsteller als Tischler ich glaube die Psychologen brauchen noch Stühle bei sich im Büro wenn wir dann irgendwann diese Verhaltenstherapie auch anbieten wollen komm können sie sich sogar aussuchen welchen Stuhl die wollen ach Leute versucht doch nicht immer so viel zu klauen als wenn das irgendeinen Sinn macht mein Gott das sind sogar fast alle anwesend bis auf einer der hat einfach keine Lust wirklich schön dass im Küchen in der Kücheneinweisung nur 5 Leute sitzen dann habe ich ja die restlichen Herde frei um das Essen für die Gefangenen jetzt endgültig mal zu kochen da fällt mir ein Tischler Unterweisung schön und gut wenn ich denn auch hier diesen Zimmermannstisch habe so damit ist der Raum voll nicht voll kacke aber voll gebaut kommt da die Kohle auch her das könnte schlecht werden vom Strom her deshalb bester Plan neuen Generator bauen und das alte Stromnetz vom neuen trennen auch halt da auf jetzt reicht's mir mit der doofen Ecke hier unten obwohl ich weiß was ich machen könnte ist das schon nur für Personal demontiert mal bitte die beiden Dinger und dann setzt da bitte wirklich mal die Personal Dinger und dann versuchen wir es nochmal daraus einen Raum zu machen nur für Personal wo er nur das Personal durch kann kommen irgendwie immer noch nicht alle zum Essen wäre aber auch einfach zu wenig Köche den kann ich leider nicht nach oben drehen ich glaub da hat auch mal jemand nachgefragt aber was nicht möglich wäre wie Du siehst es geht leider nicht und nur 11 Jobs kann ich machen in so einer langen schönen Küche aber schade ja strom ist knapp personaltür aber naja zeitlich sind wir erst mal am ende und werden nämlich beim nächsten mal weiter machen wir uns als let's play prison architect mit dem schönen großen gefängnis was vielleicht eines tages noch schöner und größer sein wird bis dahin euer doc